Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir drehen heute endlich mal wieder ein Follow-me-around für euch, weil ihr euch das ja so oft wünscht. Wir versuchen euch wieder ein bisschen mitzunehmen und wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bis dann! Mama hat gesagt, du musst da unten sitzen bleiben, weil du ein großer Hund wirst. Okay, gut. Ja. Na Mäuschen? Du willst nicht da... Nein, du darfst nicht hier hoch. Ach, sieh da. Mama hat gesagt, du darfst das nicht. Mama hat gesagt, du musst da unten bleiben, weil du ein großer Hund wirst. Dann darfst du nicht hier oben... Nein, lass mein Handy, lass das, frisst das nicht. Du bist echt ein bisschen anstrengend. Zeig dich mal. Diese hat jetzt einmal zum Mittag gegessen. Gell? Wir haben ihn jetzt gerade vom Paddock reingeholt. Hallo. Wir sind jetzt im Stall und wollten gerade mal die Sheila ein bisschen zur Ruhe bringen, weil es ist ganz aufregend für sie. Ja. Wollt ihr mal ein Video über die Sheila sehen, was sie zu Hause so macht? Lieber nicht. Die macht alles kaputt. Ist aber voll witzig, wenn man da zuguckt. Also wenn ihr Lust habt, können wir ja mal ein... Das ist Sheila Video machen. Solange sie noch so klein ist. Sie ist in der letzten Woche schon so gewachsen. Ja, das stimmt. Was machst du denn? Wollen wir ein bisschen reiten? Aber warte. Du musst warten. Espresso. Das ist schon dreckig, Steinschweif. Ja, wir sind gestern ein bisschen durch den Schlamm varroquiert. Und es war aber zu kalt, um hier zu waschen. Deshalb sind auch meine Jacken immer so dreckig. Und dann... Na, hallo. Na, mein Schatz? Na? Hallo? Baby schläft jetzt. Oh, aber wie, gell? Wie die sich angekuschelt haben. Na, mein Schatz. Ich habe jetzt leider nur ein Hundelegerli anstecken. Hallo. Ist er süß? Ja, total süß. Manchmal ist er schon süß, gell? Mhm. Ja, total süß. Ich muss es noch nicht, dass er ist. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Weib'n 60 Minuten. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht nicht. Aber das ist ein Lager. Wir haben mich auch immer wieder. Wir sehen uns, dass er immer wiederholt. So ist es, dass es sich nicht так ist. Also geht's, wenn es nicht jetzt Aquí, wenn ich jetzt nicht mehr so beirte. Ich weiß nicht. Wie die dritte ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Espresso ist heute leider ein bisschen wild. Ich kann euch jetzt nicht so viel Schönes zeigen, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Weil wenn er so einen blöden Tag hat, dann können wir gerade nochmal gucken, dass wir schön entspannt eine Runde außen rum kommen. Und da kann man immer nur gucken, dass man ihn wieder locker kriegt und dass er sich nicht so aufzieht und hochzieht. Und jetzt steht er zwar mega lieb hier, aber wenn ich jetzt wieder anreite und da in die Windel die Ecke reite, dann... Weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Wirklich? 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 Jetzt tut er so lieb, der Esel. Ich weiß auch nicht, warum er immer so frech ist. Aber heute war er echt ganz blöd. Er ist halt auch nicht immer lieb. So wie viele denken. Er kriegt auch ganz oft seine Ausröster. Super Mama! Danke! 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 Hast du gut gemacht! Danke! Und die schläft noch. Oh, was eine süße Maus. Okay, du kannst jetzt starten, normal zu sprechen, Mama. Du kannst jetzt starten, normal zu sprechen. Ich kann nicht, Isa. Also der Espresso war heute nicht so gut. Der war echt schlecht heute und wir hoffen, dass er morgen besser ist. Was? Warum ist der Daumen? Bekommen. 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 Gell? Was brauchst du? Gell? Mein Schatz. Schatz? Schatz. Was machen wir mit dem Häschen hier? Oh, wach geworden! Wach geworden! Oh, hast du sie geweckt! Ausgeschlafen! Ey! Oh! So! Ausgeschlafen! Hätte er auch gegangen. So! Fertig für heute! Hallo Schatz! Hallo! Ciao! Halleluja! Hallo! Hallo! Hallo!